und zwar ist es jetzt nur ein ganz kurzes video und es geht jetzt nur darum es ist ein kleines informationsvideo man sieht ich habe ein motocross shirt an und ihr wisst genau was das bedeutet am sonntag kommt ein neues video von mir online und zwar geht es um ein neues gerät was ich mir gekauft habe man kann es schon erahnen ja es ist ein reib wie im kern sagen wir dazu reiben oder sagen wir zu enduro oder wie immer auf jeden fall am sonntag um 15 uhr kommt das neue video online ich hoffe das euch gefällt lasst mir einen daumen nach oben hier wenn euch die auch dieses video gefallen hat und drückt den daumen so hart ihr könnt wir sehen uns dann am sonntag um 15 uhr ich hoffe dass das video gefallen hat lasst mir daumen nach oben hier lasst mir ein aber da und lassen paar kommentare hier wenn es euch gefallen hat bis sonntag und haut raus